Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin für euch im Bayerischen Hof, nämlich zum 10. Audi Generation Award. Und hinter mir, auf dem roten Teppich, kommen gleich die Stars, die wir natürlich interviewen werden für euch. Die Presse und die ganzen Fotografen sind auch schon da, sind startklar. Und wir schauen, wen wir für euch vor die Linse kriegen. Ja, das ist meine achte Moderation, aber zum 10. Mal findet heute der Audi Generation Award statt. Das ist natürlich ein tolles Jubiläum, weil man ja auch sieht, also auch an dem Auflauf, der hier stattfindet, ja sieht, was für eine Bedeutung der Preis mittlerweile erlangt hat und wer hier alles als Gast dabei ist und wer hier alles schon ausgezeichnet wurde und natürlich in diesem Jahr auch wieder ausgezeichnet wird. Gab es bei dir in deiner Karriere so einen Start, ganz am Anfang, wo du auch gesagt hast, die Person oder dieser Grund hat mich gefördert und deswegen bin ich einen Schritt weiter gekommen? Ja, ich glaube, so einen Nachwuchspreis in dem Sinne habe ich eigentlich nie bekommen. Aber ich habe natürlich das Glück gehabt, mit Nur die Liebe zählt, damals eine Sendung zu haben, mit der ich dann angefangen habe, die mich erst mal getragen hat. Und irgendwann konnte ich der Sendung natürlich dann auch was zurückgeben. Und insofern ist das natürlich eine tolle Entwicklung gewesen. Und ich glaube, das ist auch das Glück, was man braucht im Leben, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, aber natürlich dann auch mit dem richtigen Programm oder dem richtigen Lied oder bei der richtigen Mannschaft, egal was man gerade macht, dann natürlich da eben auch zeigen kann, was in einem steht. Eva, für dich ist es ja ein absolutes Jubiläum. Neunmal warst du, glaube ich, da und einmal warst du Babypause, glaube ich. Genau, also wirklich nur einmal Babypause. Ich war davor schon bei dem Vorgänger, das war ja schon die, wie hieß die nochmal, Nacht der Generation. Und da war ich auch schon immer Jahre lang. Also ich bin echt Stammkunde. Als richtiger Fan sozusagen. Ich bin ein Fan, aber seit es der Audi Generation Award ist, ist es schon toller geworden. Also muss man einfach sagen. Also viele von hier, finde ich, werden schon frühzeitig hier entdeckt und werden später erst richtig groß. Und ich finde das eigentlich schön, weil wenn sie groß sind, die Stars, dann will jeder was von denen. Aber wenn man sehr früh das echte Talent erkennt, dann ist es ehrlicher. Das gefällt mir gut dran. Herr Krug, Audi Generation Award, was bedeutet das für Sie? Nicht mit Mercedes kommen, kein BMW fahren und nur über Audi sprechen. Was hat überhaupt so einen Nachwuchspreis für die Jugend eigentlich für eine Bedeutung in Ihren Augen? Und wie wichtig ist es auch, dass so etwas weitergeführt wird nach dem zehnjährigen Jubiläum? Naja, die erste Chance mal einen Award zu bekommen und dann mal sich darauf einzustellen, wie das wird, wenn man irgendwann mal einen Oscar bekommt. Sehr wichtig, weil ich habe selber Kinder und weiß ganz genau, die haben auch schon in dem Fall aus der Start-up-Szene was gewonnen, beziehungsweise Pitches gemacht und gewonnen. Und deshalb weiß ich ganz genau, wie wichtig das für die selber auch ist. Ich finde es ganz toll, dass es Audi macht. Neben mir habe ich jetzt den Club der Roten Bänder. Ihr seid heute ja nominiert oder eigentlich schon entschieden. Ihr werdet ausgezeichnet. Wie fühlt sich das an? Die zweite Staffel ist ja jetzt seit letzten Montag beendet und wir sind super froh, dass es jetzt nochmal neu gewertschätzt wird. Also wir sind genauso froh, wie immer hier zu sein. Hättet ihr gedacht, dass es eine zweite Staffel gibt? Wir haben am Anfang ehrlich gesagt gedacht, dass die erste Staffel gar nicht erfolgreich werden könnte. Von daher haben wir uns gar nicht so viel Hoffnung gemacht, weil sonst bricht das alles zusammen und so. Von daher am Anfang natürlich nicht. Ich bin zum ersten Mal heute dabei. Für mich ein Jubiläum, dann direkt noch ein zehnjähriges Jubiläum. Das ist klasse. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich war schon oft auf der Kids-Bee-Veranstaltung von Audi und ich freue mich drauf. Was erwartest du denn gleich heute Abend? Ich erwarte sehr viele interessante Leute, eine schöne Preisverleihung. Ich bin sehr gespannt, wer die Preise bekommt. Was auf jeden Fall toll war für mich, war Sportler des Jahres. 2010 bin ich das geworden und jetzt muss ich gerade mal überlegen, war das wirklich 2010? Wir nehmen es einfach mal so hin. Ne, auf jeden Fall war das was ganz Besonderes, weil als Wintersportler, Sportler des Jahres zu werden, ist ja wirklich was Besonderes. Aber auch Awards wie Audi Generation Award habe ich ja auch schon mal bekommen. 2009, das weiß ich ganz sicher, ist es immer eine tolle Auszeichnung neben den sportlichen Erfolgen. Ich bin heute der Laudator für meine alte Freundin Christina Stürmer, mit der ich zusammen bei Sing My Song in Südafrika war. Auch ein Riesenerfolg gewesen, gell? War cool, war vor allem geil. War wirklich eine, war Livemusik im deutschen Fernsehen. Das haben wir viel zu selten und deswegen hat das Laune gemacht. Was bedeutet allgemein so ein Award für den Nachwuchs für dich? Ich finde immer wichtig, dass man frische Leute, die neu kommen, und die kommen ja immer wieder neu, dass man die huldigt, dass man denen Respekt zollt und dass man denen Türen öffnet. Also wir hatten damals genau das Glück, dass wir Leute hatten, die uns Türen aufgemacht haben, ohne die wir heute nicht da wären, wo wir sind. Boah, schöne Schuhe. Schöne Schuhe. Dankeschön. Mich persönlich. Naja, es ist halt, Audi ist halt einfach eine wahnsinnig tolle Marke, ein Brand, das halt einfach auch Promoter und Sport einfach irgendwie etwas ist, wo das Herz schneller pocht einfach und immer ein schöner Event. Gute Leute, viele Freunde sind heute Abend hier, also wird ein schöner Abend. Ich finde, dass Innovation immer belohnt werden muss und da wir in einer Generation, also die jungen Generationen, keine Vorbilder in dem Sinne mehr haben, ist es wichtig, dass man sie motiviert und gerade irgendwie solche Awards und die Leute unterstützt, dass einfach die, die nächste Generation einfach es weiterbringt, weil das Leben ist sowieso schon sehr, sehr schwer und man muss die jungen Leute unterstützen und es gibt so viel zu tun und so tolle Leute, die gute Ideen haben, das muss man fördern. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Wie oft warst du jetzt schon mal beim Audi Generation Award hier im Bayerischen Hof? Wow, also ich glaube sechs, sieben, acht Mal. Ich bin jedes Jahr gerne hier. Also schon über die Hälfte zum Jubiläum? Ich habe gar nicht mehr mitgezählt, ja. Wie ist es für dich mal so, dabei zu sein und mit dem Nachwuchs, dass es ein Award überhaupt gibt für die jungen Leute? Ich finde es super. Ich habe selber auch schon Laudatio gehalten mal und ich finde, dass die mal einen guten Riecher haben. Also die zeichnen den Nachwuchs aus und tatsächlich sind das dann Leute, die ganz groß werden. Die haben da irgendwie so ein gutes Händchen, Leute außen zu wählen. Riccardo, das Jahr 2016 war ja das Mörderjahr für dich, oder? Ja, es war echt ein ganz tolles Jahr. Ich weiß auch gar nicht, was alle so haben. Alle sagen, 2016 war voll das schlechte Jahr, aber ich hatte das Gefühl, für mich war es ein richtig gutes Jahr. Und heute beim Audi Generation Award? Was ist es für dich? Ist es für dich so ein Must-Have-Event auch in München? Also ich war noch nie hier, deswegen ist es das allererste Mal, aber ich kenne es natürlich. Und ich weiß ganz genau, dass jedes Jahr um diese Zeit mein Instagram-Fleet voll mit Bildern vom Audi Generation Award war. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er wirklich so toll und glamourös ist, aber ich kann sagen, allein der Einlass sieht schon sehr verdächtig aus. Wenn die Prommelschlange stehen müssen, oder? Ja, dann weiß man auf jeden Fall, das Warten lohnt sich, oder? Du sagst es. Was ist für dich so ein Award? Wie wichtig ist der für dich, um den Nachwuchs auch zu fördern? Ich finde, ein Award ist einfach eine ganz tolle Art von Motivation, womit man einfach Leuten zeigt, dass die harte Arbeit sich auszahlt. Und es ist auch ein bisschen wie eine Projektionsfläche für junge Menschen, wo man sagt, wow, das finde ich so toll, sowas will ich selber auch mal erreichen. Außerdem macht es auch total Spaß, einfach sich mal in Schale zu werfen, sowas Tolles anzuziehen und dann, ja, diesen ganzen Zirkus mitzumachen. Also mir macht das noch sehr viel Spaß. Ne, mir habe ich jetzt Scoville Förster, den zukünftigen YouTubestar, oder? Wir versuchen unser Bestes ab 2017, natürlich mit der professionellen Unterstützung von dir. Seid gespannt also, aber heute bist du ja als DJ da, eine Seite, die die wenigsten Leute, glaube ich, kennen, oder? Das wundert mich eigentlich, weil ich das eigentlich seit 30 Jahren konstant mache und nicht nur in Bayern, sondern auch in Deutschland und sogar international. Und das war immer schon ein zweites Standbein. Ich komme ja vom Rundfunk und damit war das damals schon gegeben, Radio-Gong-Zeiten, DJ etc. und jetzt natürlich auch noch. Und du heilst heute Abend die Gäste nachher bei der Party ein? So sieht es aus nach der Band, so werden wir mal hören, was die spielen, dann werde ich mal das Konterprogramm bringen. Auf jeden Fall wird es eine lange Nacht. Das war es wieder einmal vom Audi Generation Award hier im Bayerischen Hof von der Edition Sportiva zum zehnten Mal, also die Jubiläumsshow. Und hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da. Hier seht ihr ein Video, was euch gefallen könnte und noch viel, viel besser. Klickt hier drauf und abonniert uns, denn ihr wisst, Support ist kein Mord. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.